6. Weihnachten 1841 Ich habe die ganze Nacht von Mobberli geträumt. Sollten er und seinesgleichen nicht einsehen, dass es unklug, unbillig und voreilig wäre, andere zu fragen, was sie unter Umständen, die noch nicht eingetreten sind und vielleicht nie eintreten werden, zu tun gedächten? Wozu wegen bloßer Möglichkeiten, Angst, Argwohn und Uneinigkeit in das Lager tragen? So ungezwungen und über die Maßen freundlich die Briefe von Barter und einem anderen Freunde auch waren, so haben sie meiner Ansicht nach doch viel geschadet. Ich spreche ganz aufrichtig, wenn ich sage, dass es Dinge gibt, die ich weder erwäge noch zu erwägen wünsche. Aber wenn ich zehnmal darüber gefragt werde, fange ich zuletzt doch an, mich damit zu beschäftigen. Er will sicherlich nicht sagen, dass nichts imstande sei, einen Menschen von der englischen Kirche zu trennen, zum Beispiel, wenn sie sich zum Sozianismus bekennen oder die heilige Eucharistie in einem sozianischen Sinne auffassen würde. Aber er würde sagen, es sei nicht recht, an solche Dinge zu denken. Unsere Angelegenheit ist so dann von derjenigen Kenz verschieden. Von dem letzten erbärmlichen Jahrhundert ganz zu schweigen, dass daran schuld ist, dass wir einen viel niedrigeren Ausgangspunkt haben und viel weniger Reserven zu verbrauchen haben als ein Kirchenmann im 17. Jahrhundert. Jetzt werden Lehrfragen lebendig, für diese handelte es sich um eine Frage der Disziplin. Wenn ein solches Unheil über uns käme, wären wir alle sicherlich weit einiger, als wir jetzt annehmen. Ist es aber menschlich gesprochen möglich, dass bei solcher Gesinnungsverwandtschaft die Wege weit auseinander gehen? Aber wir wollen auch das und die daraus sich ergebenden Alternativen ins Auge fassen. Welcher Gemeinschaft könnten wir beitreten? Könnte die schottische oder amerikanische Gemeinschaft die Existenz von zu ihnen gehörigen Bischöfen und Gemeinden in England gutheißen, ohne den Vorwurf des Schismas auf sich zu laden, außer, und ist dies wahrscheinlich, sie würde die englische Kirche für heretisch erklären? Ist es nicht eine Zeit seltsamer Fügungen der Vorsehung? Gehen wir nicht den sichersten Weg, wenn wir einfach Tag für Tag tun, was wir für Recht halten? Müsste uns ein Versuch der göttlichen Vorsehung zuvor zu kommen und dir den Lauf der Dinge vorzuzeichnen nicht notwendig in die Ehre führen? Kam nicht alles Elend unserer Kirche von Leuten, die nicht den Mut hatten, den Schwierigkeiten fest ins Auge zu schauen? Man beschönigte Handlungen, die man hätte verwerfen sollen. Der gute Professor Palmer von Worcester bringt es zum Beispiel fertig, die kirchliche Kommission und den Jerusalemer Bischofssitz zu rechtfertigen. Und was ist die Folge? Dass unsere Kirche von Jahrhundert zu Jahrhundert tiefer und tiefer gesunken und ein großer Teil ihrer Anrechte und Lehren Lug und Trug geworden ist. Und es wäre doch unsere Pflicht, das Empfangene zur Vollendung zu führen. Aber wenn wir verpflichtet sind, fremde Verkehrtheiten gut zu machen, dürfen wir uns doch nicht selbst damit belasten. Die aufrichtigsten Freunde unserer Kirche sind jene, die es mutig sagen und auf die Folgen hinweisen, wenn die kirchlichen Oberen etwas Unrechtes tun sollten. Und, um eine Katechrese zu gebrauchen, die werden mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Kirche sterben, die unter diesen düsteren Umständen am meisten geneigt sind, sie zu verlassen. Und ich füge hinzu, wenn ich die Spuren der über uns waltenden Gnade Gottes betrachte, so bin ich geneigt zu denken oder vielmehr erfüllt von dem festen Vertrauen, wenn es nicht Unrecht ist, so zu sprechen, dass unsere Gebete und Almosen als Bitte zu Gott emporsteigen, auf das ich diese ganze unheilvolle Verwirrung zum Guten wende. Wir wollen darum nicht ängstlich sein und drohende Entzweihungen vorwegnehmen, wenn wir nur in der Gegenwart einig sind. Postskriptum, ich glaube, die Freunde, das heißt, die extreme Partei, werden sich beruhigen und zufrieden geben, wenn sie ihre anfängliche geistige Unsicherheit und die aus ihr entspringenden unbestimmten Befürchtungen überwunden haben, welche die neue Stellungnahme der Bischöfe und unserer Empfindungen darüber zur Folge hatten. Sie werden einsehen, dass sie die Dinge übertrieben haben. Natürlich wäre es verfehlt gewesen, vorauszusagen, wie sich der Einzelne zu der peinlichen Möglichkeit einer Anklage durch die Bischöfe, wie sie jetzt erfolgt ist, stellen würde. Ich glaube deshalb, dass niemand schuld war. Auch das ist nicht verwunderlich, dass andere, gemäßigte Männer Anschluss nehmen an meinem Protest und so weiter. Aber sie sollten bedenken, je rückhaltloser die Verehrung ist, die man einem Bischof zollt, umso schmerzlicher wird die Wahrnehmung sein, dass er sich der Heresie ergibt. Das Tau bindet und hält, bis es bricht. Siebentens Einsichtige Menschen hätten das erkannt, wenn sie diese Seite der Dinge in Erwägung gezogen hätten. Letztes Frühjahr tadelte mich ein sehr hoher kirchlicher Würdenträger, weil ich mich meinem Bischof widersetzt und ihn nach den Kanonis gefragt habe, auf die er sich bei seiner Handlungsweise stütze, und so weiter. Diejenigen, welche ihren Vorgesetzten immer die schuldige Achtung gezollt haben, sind jedoch entweder die anhänglichsten Diener oder aber die freimütigsten Tadler. Wenn das bei anderen auch der Fall wäre, wenn die Geistlichen von Chester die Heresie des Diözesanbischofs verwerfen würden, hätten sie ihrer Pflicht Genüge getan und wären unschuldig an einem möglichen Abfall ihrer Brüder. Sankt Stephans Tag. Ich bin schrecklich unruhig. Nur fürchte ich, mein gestriger Brief macht die Sache nur noch schlimmer, weil er zu viel verrät. Das ist immer meine große Schwierigkeit. Bei dem jetzigen Zustand der Aufregung auf beiden Seiten habe ich im Sinn, meine neue Verteidigung von Nummer 90 in der Vorrede zum sechsten Band der Pfarrpredigten ganz wegzulassen und einfach zu sagen, da derzeit so viele falsche Gerüchte über den Verfasser in Umlauf sind, hofft er, dass alle ihm Wohlgesinnten dieses Buch als Äußerung seiner wahren Gedanken und Empfindungen hinnehmen. In die ihm nicht wohlgesonnen sind, überlässt er Gottes Hand, dass er ihnen zu seiner Zeit eine bessere Einsicht gibt. Was halten sie von der Vernünftigkeit, dem Sinn und der Zweckmäßigkeit dieses Vorhabens? Ein alter Freund, der ziemlich weit von Oxford entfernt wohnte, Archidiakon Robert Wilberforce, muss damals etwas zu mir gesagt haben, was weiß ich nicht mehr, das eine offene Antwort erforderte. Denn ich eröffnete ihm, mit welchen Worten kann ich mich auch nicht mehr entsinnen, meinen schrecklichen Verdacht, von dem bis dahin nur zwei Personen wussten, sein Bruder Henry und Frederick Rogers, später Lord Blatchford. Vielleicht breche mein Anglikanismus schließlich doch zusammen und vielleicht seien wir beide außerhalb der Kirche. Soviel ich mich erinnere, brachte ich die Schwierigkeit, welche die Geschichte der Arianer und Monophysiten in mir wachgerufen hatte, in einer Form zum Ausdruck, die ihm am besten verständlich war, da sie tatsächlich ein Zugeständnis an Bischof Bull enthielt. In den Auseinandersetzungen der ersten Jahrhunderte sei die römische Kirche immer auf der Seite derer gestanden, die Recht hatten, was natürlich ein Beweis auf den ersten Blick zugunsten Roms und gegen den Anglikanismus von heute war. Er gab mir am 29. Januar 1842 folgende Antwort. Ich glaube nicht, dass ich jemals über eine Mitteilung, die ich erhalten habe, so erschüttert war, wie über ihren Brief von heute Morgen. Er hat mich ganz gelähmt. Ich muss ihnen schreiben, obwohl ich nicht einmal weiß, wo ich anfangen soll. Mir ist keine Handlung bekannt, durch welche wir uns von der Gemeinschaft der Gesamtkirche getrennt hätten. Je mehr ich mich in die Schrift vertiefe, umso mehr gewinne ich den Eindruck, dass das römische Prinzip in der Kirche dem Babylon des heiligen Johannes ähnlich sei. Ich bedauere fast, dass ich meine Gedanken je auf die Theologie gelenkt habe, wenn sie wirklich ein so unsicheres Gebiet ist, wie ihre Zweifel anzudeuten scheinen. Während sich meine alten, treuen Freunde um mich sorgten, musste es ihnen vermutlich nicht bloß Unruhe, sondern auch Schmerz bereiten, wenn sie sahen, wie ich mich allmählich dem Einfluss anderer ergab, die nicht so viele Rechte an mir hatten wie sie. Es waren junge Männer von einer Geistesrichtung, die der meinigen in hohem Grade fremd war. Eine neue Schule war im Entstehen, was in Zeiten solcher Strömungen häufig vorkommt. Sie schob die ursprüngliche Partei der Bewegung beiseite und nahm deren Stelle ein. Die bedeutendste Persönlichkeit in ihr war ein Mann von vornehmem Geist, klassischem Geschmack und einem seltenen literarischen Talent, Frederick Oakley. Er war annähernd von gleichem Alter wie ich und seit langem mit mir bekannt, obwohl er in den vorgehenden Jahren nicht in Oxford gewohnt hatte. Erst vor ganz kurzer Zeit hat er mir bei mehreren Gelegenheiten neue Beweise der gleichen Güte gegeben, die er mir während unserer Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche stets bewiesen hatte. Seine Geistesart war derjenige nicht unähnlich, die den Anfängen der Bewegung ihren Charakter gab. Er war fast ein typischer Oxforder und so viel ich mich erinnern kann, wäre er in den politischen und kirchlichen Ansichten mit der Oriel-Partei von 1825 bis 1833 ganz eines Sinnes gewesen. Aber er war erst später in die Bewegung eingetreten und hatte ihre ersten Jahre nicht miterlebt. Achtens, und da er nun von vorne anfing, trat er natürlich mit der Gesellschaft lebhafter, scharfsinniger und entschlossener Geister in Fühlung, die um dieselbe Zeit ihr Leben nach katholischen Grundsätzen einzurichten begannen wie er, der von der Via Media nichts wusste, aber viel von Rom gehört hatte. Diese neue Partei formte und entwickelte sich rasch in Oxford und außerhalb und durch ein eigenartiges Zusammentreffen gerade in dem Sommer, wo meine kirchlichen Anschauungen infolge des Studiums der monophysitischen Streitfrage einen so schweren Schlag erhalten hatten. Diese Männer schnitten von einer Seite her in die ursprüngliche Bewegung ein, durchkreuzten ihre Gedankenlinie und machten sich dann daran, sie in ihre eigene Richtung umzubiegen. Die meisten von ihnen waren tief religiös, das Heil ihrer Seele ging ihnen über alles. Sie hingen sehr an mir, boten aber damals wenig Sicherheit, welchen Weg sie zuletzt einschlagen würden. Einige sind schließlich im Anglikanismus befestigt worden, andere wurden Katholiken und wieder andere haben ihr Heil im Liberalismus gesucht. Nichts war klarer, als dass sie im Zaum gehalten werden mussten. Und mir kam diese Pflicht zu, denn ich hatte auf ihre Entwicklung den stärksten Einfluss ausgeübt. Und ebenso klar geht aus dem bereits Gesagten hervor, dass ich gerade diejenige Persönlichkeit war, die sich am allerwenigsten dazu eignete. Es geht nichts über alte Freunde. Aber von diesen alten Freunden konnten mir nur wenige helfen, wenige mich begreifen, viele waren ungehalten über mich, einzelne zürnten mir, weil ich eine festgeschlossene Partei auflöste und anderen verbot das Gewissen auf mich zu hören. Wenn ich mich nach Menschen umsah, die ich in meinen Schwierigkeiten hätte zu Rate ziehen können, so fand ich, dass ihnen gerade die Ahnung dieser Schwierigkeiten verbot, mir ihren Rat zu leihen. Darum sagte ich voll Bitterkeit, ihr zwingt mich, zu anderen zu gehen, ob ich will oder nicht. Aber ich hatte doch noch gute und aufrichtige Freunde vom alten Schlag, in Oxford und andernorts, die mir eine große Hilfe waren. Für die Persönlichkeiten und die lebenslangen Vorurteile eine große Sympathie. Ungeachtet meiner eingefleischten Furcht vor Rom und des Einspruchs meiner Vernunft und meines Gewissens gegen seine Gebräuche, ungeachtet meiner Liebe für Oxford und Aurel, lebte eine geheime sehnende Liebe für Rom, die Mutter der englischen Christenheit in meiner Seele. Und ich hatte eine aufrichtige Andacht zur allerseligsten Jungfrau, in deren Kolleg ich lebte, deren Altar ich diente und deren makellose Reinheit ich in einer meiner ersten gedruckten Predigten verherrlicht hatte. Und das Bewusstsein dieser mir innewohnenden Neigung, wenn man es so nennen darf, veranlasste mich, mit so großem Ernst vor der Gefahr zu warnen, uns im religiösen Studium mehr von der Sympathie als von der Vernunft leiten zu lassen. Übrigens schauten in Verehrung zu mir auf. Sie erwiesen mir viel Güte und Liebe und standen mir in der Drangsal bei, als andere mich verließen. Für all dies war ich dankbar. Ja, viele von ihnen waren selbst in Not und mit mir im selben Boot. Das war ein weiterer Grund für unsere gegenseitige Zuneigung. Daher kam es, dass ich nicht den Mut und noch weniger die Kraft hatte, und mit der alten zusammen stieß, kam in große Verlegenheit und wusste kaum, wo mir der Kopf stand. Ich ergriff ihre Partei. Als ich selbst Frieden und Stille nötig hatte, musste ich öffentlich reden und mir von Einzelnen Schwäche und von der großen Mehrheit Geheimnistuerei, Unehrlichkeit und Hinterlist vorwerfen lassen. Ich gestehe hier offen, dass ich nicht imstande bin einer solchen Anklage gebührend entgegen zu treten, weil ich sie nicht konkret fassen kann. Ich habe an meiner eigenen Ehrlichkeit nie im geringsten gezweifelt. Und wenn man sagt, dass ich unehrlich sei, so kann ich die Anschuldigung nicht als einen bestimmten Begriff fassen, auf den eine Entgegnung möglich wäre. Wenn mir jemand sagen würde, an dem Tage und vor diesen Personen haben sie etwas weiß genannt, was schwarz war, dann verstehe ich ganz gut, was gemeint ist und ich kann versuchen, mein Alibi nachzuweisen oder das Missverständnis aufzuklären. Oder wenn einer zu mir sagen würde, sie haben versucht, mich für ihre Partei zu gewinnen, mit der Absicht, mich mit ihnen nach Rom zu führen, aber sie hatten keinen Erfolg. So kann ich ihnen der Lüge überführen und meinerseits ebenso Zeit an, da ich selbst unsicher wurde, nie versucht habe, einen anderen für mich und meine mit Rom sympathisierenden Ansichten zu gewinnen und dass ihm nur seine eigene verrückte Fantasie einen solchen Gedanken eingegeben haben kann. Aber meine Einbildungskraft versagt vor solch unbestimmten Anschuldigungen, die man gemeinhin gegen mich vorgebracht hat und die sich aus Eindrücken, Meinungen Folgerungen, Gerüchten und Vermutungen zusammensetzten. Darum werde ich gar nicht den Versuch einer Widerlegung machen, es wären ja nur Luftstreiche. Vielmehr will ich versuchen, das festzustellen, was ich von mir selbst weiß und was mir im Gedächtnis blieb. Die Anwendung überlasse ich anderen. Neuntens, solange ich in die Via Media Vertrauen hatte und sie für unüberwindlich hielt, stellte ich ohne Bedenken große Prinzipien auf, die weiter führten, als man gewöhnlich annahm. Ich glaubte, man müsse die Via Media viel weniger ausgestalten, ehe sie verkörpert und verwirklicht werden könnte. Die anglikanische Kirche brauche Zeremonien, Riten und einen Reichtum der Lehre und Andacht, der ihr jetzt noch abgehe, wenn sie sich mit einiger Aussicht auf Erfolg der römischen Kirche gegenüber behaupten wolle. Eine solche Ausstattung würde sie nicht von ihrer eigentlichen Grundlage entfernen, sondern sie nur befestigen und verschönen, wie zum Beispiel Bruderschaften, besondere Andachten, die Verehrung der allerseligsten Jungfrau, Gebete für die Verstorbenen, schöne Kirchen, reiche Opfer für diese und in ihnen, Klöster und viele andere Gebräuche und Einrichtungen, die meiner Ansicht nach uns ebenso gut anstünden wie Rom, wenn auch Rom sie für sich in Anspruch nahm und damit Großtat, eben weil wir uns diese hatten entgehen lassen. Das maßgebende Prinzip ist in einem der Briefe enthalten, die ich im Zusammenhang mit Traktat 90 der Öffentlichkeit übergeben habe. Die Zeit ist in Bewegung auf etwas schrieb ich und unglücklicherweise ist die römische Kirche die einzige religiöse Gemeinschaft unter uns, die in den vergangenen Jahren dieses Etwas wirklich im Besitz hatte. Sie allein hat inmitten aller Ehrungen und Übelstände ihres praktischen Systems, den Gefühlen der Ehrfurcht, des Geheimnisvollen der Liebe, Verehrung, Ergebenheit und anderen Empfindungen, die im besonderen Sinne katholisch genannt werden, freien Raum gelassen. Die Frage ist also, ob wir sie der römischen Kirche überlassen oder für uns in Anspruch nehmen. Aber wenn wir sie aufgeben, müssen wir auch die Menschen aufgeben, denen sie teuer sind. Wir müssen uns damit abfinden, entweder die Menschen zu verlieren oder ihre Prinzipien anzunehmen. Ich gebe freimütig zu, dass ich eben wegen dieser Gefühle in meinem Eintreten für die Sache der anglikanischen Kirche gar keine Bedenken trug, zu ihrer Verteidigung Grundsätze aufzustellen, die von der Verteidigungsart, welche die Anhänger der Hochkirche für vollkommen hielten, ganz verschieden waren und sogar auf eine Verteidigung zu sinnen, die sie Umwälzung nennen mochten, während ich sie für Erneuerung hielt. So konnte ich zum Beispiel, obwohl ich mich an den einzelnen Fall nicht erinnern kann, über die Gemeinschaft der Heiligen in einer Weise sprechen, die zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau und der Heiligen wie zu Gebeten für die Verstorbenen veranlassen konnte. In einem Memorandum vom Jahre 1844 oder 1945 äußerte ich mich darüber folgendermaßen Wenn die Kirche nicht auf der Grundlage ihrer Sanktionierung durch den Staat verteidigt wird, so muss es aufgrund von Prinzipien geschehen, die über ihr direktes Ziel hinausführen. Manchmal sah ich diese weiteren Schlussfolgerungen, manchmal auch nicht. Aber wenn ich sie sah, sagte ich es manchmal nicht. Solange sie mir nur den herrschenden Meinungen, aber nicht unserer Kirche zu widersprechen schienen, war ich nicht abgeneigt, in unsere Kirche Wahrheiten hineinzutragen, von denen ich dachte, dass sie ihr mit Recht zuständen. So vielen gestehe ich ein. Aber dass ich jemals bewusst etwas gesagt habe, was eine geheime Spitze gegen die englische Kirche hatte, und dass ich es tat, um andere zu unbedachte Annahme zu bewegen, das gebe ich nicht zu, sondern bestreite es ganz entschieden. Es war wirklich eine meiner großen Schwierigkeiten und eine der Ursachen meiner Zurückhaltung, dass ich im Laufe der Zeit in den Prinzipien, die ich ganz ehrlich als anglikanisch verkündigt hatte, Folgerungen wahrnahm, die für Rom sprachen. Natürlich mochte ich das damals nicht eingestehen, und wenn ich gefragt wurde, kam ich deswegen in Verlegenheit. Zehntens, das erste Beispiel dafür war die Berufung auf das Altertum. Der heilige Leo hatte nach meiner Ansicht die Beweiskraft der Antike für den Anglikanismus gebrochen. Aber auf das Altertum war ich mit der ganzen anglikanischen Schule angewiesen. Was sollte ich also sagen, wenn scharfsinnige Menschen das Altertum in dieser oder jener Anwendung gegen die Via Media stellten? Es war unmöglich, in solchen Fällen eine Antwort zu geben, die nicht unbefriedigend oder eine Haltung anzunehmen, die nicht rätselhaft war. In meinen Schriften ging ich manchmal gerade so weit, wie ich sah und war ebenso wenig im Stande, mehr zu sagen, als über den Horizont hinaus zu schauen. Wenn ich daher nach den Folgen dessen, was ich gesagt hatte, gefragt wurde, so konnte ich keine Antwort geben. Wenn ich ferner gefragt wurde, ob sich nicht bestimmte Folgerungen aus einem bestimmten Prinzip ergeben, so war es mir bisweilen unmöglich, sofort zu antworten, besonders wenn die Sache verwickelt war. Und zwar wahrscheinlich aus dem Grunde, weil ein großer Unterschied zwischen einer Folgerung in abstrakten und in konkreten Dingen ist und weil tatsächlich eine theoretisch exakte Schlussfolgerung oft in der Wirklichkeit von einem entgegengesetzten Prinzip her eingeschränkt werden kann. Oder es kam vor, dass ich durch die Gewalt der mir dargelegten Logik einfach irre wurde, sodass ich Schlüsse billigte, die in Wirklichkeit nicht die meinen waren. Und wenn ich diese Schlüsse aus dem Munde anderen wiederum hörte, so musste ich sie widerrufen. Weiterhin brachte ich es gelegentlich nicht über mich, andere durch gefühllose logische Folgerungen zu erschrecken und zu ärgern, die sie bis zu ihrem Tode nie aufgeregt hätten, wenn sie nicht gezwungen worden wären, sie anzuerkennen. Auch empfand ich die ganze Wucht des Grundsatzes des heiligen Ambrosius. Nun in Dialektica complacuit Deo salvum facere populum sum Gott hat es nicht gefallen, sein Volk durch Streitreden zu retten. Ich hatte eine große Abneigung gegen papierende Logik. Ich selbst ließ mich ebenso wenig von der Logik leiten, wie jemand sagen kann, das Quecksilber im Barometer ändere das Wetter. Denken ist eine Sache des konkreten Wesens. Nach einer Reihe von Jahren sieht man, dass man seinen geistigen Standpunkt geändert hat, weil der ganze Mensch sich bewegt hat. Die papierende Logik ist nur die Geschichte dieser Bewegung. Alle Logik der Welt hätte mich nicht rascher nach Rom zu bringen vermocht. Man könnte ebenso gut sagen, ich habe das Ziel meiner Wanderung das Dorf erreicht, weil ich die Dorfkirche vor mir sah, wie wenn man behaupten wollte, ich hätte die Meilen, die wollen. Das wäre nicht einmal dann möglich gewesen, wenn ich damals viel klarer, als es wirklich der Fall war, gesehen hätte, dass Rom die letzte Station meines Weges sei. Große Taten brauchen Zeit. Wenigstens erfuhr ich das an mir. Kam mir da jemand mit logischen Methoden, so empfand ich es als Herausforderung und wenn ich auch nicht glaube, dass ich es je gezeigt habe, so war es mir doch ziemlich gleichgültig, was ich darauf erwiderte und ich ließ mich vielleicht auch verleiten, meinem Unwillen dadurch Luft zu machen, dass ich mich rätselhaft oder nicht sagend stellte oder beistimmte, weil ich keine befriedigende Antwort bereit hatte. Noch mehr als diese logischen Irrgänge verdross mich die Anwendung der Logik auf jede Frage, mit der sie nichts zu tun hatte. Ehe ich nach Aurel kam, sagte mir ein Bekannter, der Speisesaal von Aurel stinkt von Logik. Man hat es durchaus nicht gern, wenn Poesie, Beretsamkeit oder Frömmigkeit in erster Linie als Futter für Sologismen betrachtet werden. Doch will ich mit all dem durchaus nichts gegen die tiefe Frömmigkeit und den Ernst sagen, welche die zweite Phase der Bewegung, an der ich kennzeichnen. Ich wollte nur bemerken, dass diese Phase mich zu verwirren und aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte und dass ich, statt dies pflichtgemäß einzugestehen, vielleicht aus Leichtsinn aufs Grate Wohl Antworten gab, die den Schein erweckten, als sei ich verschlossen oder inkonsequent. Elftens Ich habe zwei Briefe aus dieser Zeit entdeckt, die das eben Gesagte ein wenig erläutern. Die erste war an den Bischof von Oxford gerichtet und bezog sich auf den Traktat 90. 20. März 1841 Niemand außer mir kann sich in meine Lage hinein versetzen. Ich sehe, wie sehr viele Menschen in verschiedenen Richtungen tätig sind und sich dabei von einem bunten Gemisch mehrdeutiger Grundsätze leiten lassen. Ich handle aus bester Absicht. Meiner Ansicht nach wären die Dinge für die Kirche nicht besser geworden, auch wenn ich nie geschrieben hätte. und wenn ich schreibe, stehe ich vor einem Berg von Schwierigkeiten. Jene, die solche Schwierigkeiten selbst nicht empfinden, können leicht sagen, er sollte dies und nicht das sagen. Aber die Dinge sind wunderlich miteinander verkettet und ich kann oder richtiger gesagt, ich möchte nicht unehrlich sein. Wenn ich gefragt werde, bin ich oft gezwungen, eine Meinung zu äußern, um nicht für einen Heimlich gehalten sieht wie Arglist aus. Und es ist mir nicht lieb, wenn die Menschen mich um Rat fragen oder hoch schätzen, weil sie meine Meinungen in einem Sinne auffassen, den sie nicht haben. Und, um noch einmal das Sprichwort zu gebrauchen, was für den einen Nahrung ist, ist für den anderen Gift. All dies macht meine Lage sehr schwierig. Dass aber eines Tages ein Zusammenstoß zwischen Gliedern der Kirche mit entgegengesetzten Ansichten stattfinden müsse, habe ich schon lange vorausgesehen. Zeit und Form lagen in der Hand der Vorsehung. Ich will nicht in Abrede stellen, dass ich ihr sehr unvollkommenes Werkzeug bin. Trotzdem muss ich denken, dass der Traktat nötig war. Dr. Pusey hat mir die von Euer Gnaden an ihn gerichteten Briefe gezeigt. Ich brenne all das zu sagen, was ich ehrlich sagen kann, um falsche Eindrücke zu beseitigen, die der Traktat hervorgerufen hat. Der zweite Beleg ist in Aufzeichnungen zu einem Brief entnommen, den ich im folgenden Jahr an Dr. Pusey schrieb, 16. Oktober 1842. In der Frage, ob ich mit Ward vollständig übereinstimme, kenne ich die Grenzen meiner eigenen Überzeugung nicht. Wenn Ward sagt, dies oder jenes sei eine Folgerung aus meinen Äußerungen, so kann ich weder Ja noch Nein sagen. Es ist wahrscheinlich, es kann wahr sein. Natürlich gibt die Tatsache, dass die römische Kirche die Frage wirklich so entwickelt und verfochten hat, der inneren Wahrscheinlichkeit ein großes Gewicht. Ich kann nicht behaupten, es sei nicht wahr, aber ich kann auch nicht mit der scharfen Auffassungsgabe, die manche Leute haben, die Wahrheit einsehen. Es ist mir unangenehm, wenn ich gezwungen werde, mehr anzunehmen, als ich mit gutem Gewissen annehmen kann. Die Ratlosigkeit, in die ich damals geraten war und die Zurückhaltung und Heimlichtuerei, deren ich infolgedessen beschuldigt wurde, hatte noch eine andere Ursache. Nach Traktat 90 ließ mir die protestantische Welt keine Ruhe mehr. Sie verfolgte mich in den Zeitungen bis nach Littlemore. Gerüchte aller acht kamen über mich in Umlauf. Vor allem, warum bin ich überhaupt nach Littlemore gegangen, gewiss nicht mit guter Absicht. Ich hatte nur nicht den Mut, den Grund zu sagen. Aber es war doch sicherlich hart, den Herausgebern der Zeitungen zu sagen, dass ich dorthin gegangen war, um zu beten. Es war hart, der Welt im Vertrauen mitzuteilen, dass mir das anglikanische System manchen Zweifel bereite, den ich im Moment nicht lösen könne. Ich könne nicht einmal sagen, was darauf folgen werde. Es war hart, eingestehen zu müssen, dass ich schon vor ein oder zwei Jahren im Sinn gehabt habe, mein Amt niederzulegen und dass dies der erste Schritt dazu sei. Es war hart, erklären zu müssen, dass ich meine Zweifel voraussichtlich verflüchtigen würde, wenn die Zeitungen die Güte haben wollten, mir Zeit und Ruhe zu lassen. Wer hat je auch nur im Traum die Welt zu seinem Vertrauten machen wollen, und doch wurde ich für hinterlistig verschlagen und unehrlich gehalten, weil ich mein Herz dem zärtlichen Mitgefühl der Welt nicht aufschließen wollte. Man bestand darauf, was hatte ich in Littlemore zu tun. Was ich dort zu tun hatte? Habe ich mich nicht von euch zurückgezogen? Habe ich nicht meine Stellung und meinen Posten aufgegeben? Bin ich der einzige Engländer, der nicht das Rechter zu gehen, wohin er will, ohne gefragt zu werden? Bin ich es allein, dem scharfe, neugierige Augen folgen dürfen, um zu erfahren, ob ich bei der Hinter- oder Vordertüre mein Haus betrete und wer mich möglicherweise am Nachmittag besucht? Feiglinge, wenn ich nur einen Schritt vorwärts ginge, würdet ihr das Weite suchen. Nicht ihr seid es, die ich fürchte? Die me terrent et Jupiter hostis, die Götter schrecken mich und die Feindschaft des Jupiter. Die Bischöfe fahren fort, mich anzuklagen, obwohl ich alles aufgegeben habe. Geheime Bedenken im Herzen sagen mir, dass sie Recht haben, denn ich habe nichts mehr mit ihnen zu tun. Das ist es, was mich niederdrückt. Ich kann weder innerhalb noch außerhalb meines Hauses einen Schritt tun, ohne von neugierigen Blicken belästigt zu werden. Warum wollt ihr mich nicht im Frieden sterben lassen? Wundetiere verkriechen sich in eine Höhle, um dort zu sterben, und niemand wehrt es ihnen. Lasst mich allein, ich werde euch nicht lange beunruhigen.